Das ist gerade, das ist schief. Das ist gerade, das ist schief. Wird mit beiden Armen ausgestreckt zur Seite symbolisiert. Von oben und dann kippen. Das ist hoch und das ist tief. Die Arme werden hoch, über den Kopf gestreckt und dann wieder nach unten geführt. Das ist dunkel, das ist hell. Wir verdecken mit den Händen die Augen und nehmen sie dann bei hell wieder weg. Das ist langsam, das ist schnell. Hier machen wir eine langsame und anschließend eine schnelle Bewegung. Das schauen wir uns doch jetzt einmal gemeinsam an.